Ich habe irgendwelche schlimmen Videos zusammengeschrieben, wo ich den Feuertopf aussehe, weil das hat er mit mir auch gemacht. Ich habe extra das rausgekommen, wo ich total empfohlen kann. Das ist ja nett von dir. So, die habe ich schon gesehen. Aber nicht an. Jetzt ist das. Ja, ist klar. So. Sattel ich die Hühner, geht weiter. Sattel. Alka hat gesagt, sie fährt ganz hinten. Sie fährt so gerne hinterm Gespann jetzt. Ich finde das immer günstig. Der hat seinen Beibark abgehängt. Deswegen müssen sie jetzt vorne mitfahren. Ich bin ein Outlaw, hippie, kickin' back in the pine. bis hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020